Ich war im Urlaub und ich verrate euch auch wo, in Marokko. Da war es sehr schön, allerdings habe ich auch ein Souvenir mitgebracht, auf das hätte ich ganz gern verzichtet, nämlich so eine schöne Magen-Darm-Geschichte. Das einzig Gute an sowas ist ja, dass man viel Zeit an einem ruhigen Ort verbringt und nachdenken kann. Und dabei kam mir ein Gedanke. Warum haben Menschen eigentlich Angst davor, dass Flüchtlinge Krankheiten aus fremden Ländern mitbringen und nicht davor, dass Touristen wie ich es tun? Oder Geschäftsreisende, immerhin war Deutschland bis vor wenigen Jahren noch Reiseweltmeister und spielt immer noch ziemlich weit vorne mit. Man sieht, damit sich Krankheiten in der Welt verteilen, braucht man keine Flüchtlinge. Aber bei hunderttausenden Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, teils aus Ländern, in denen die Gesundheitsstandards sehr viel niedriger sind als hierzulande, fragen sich natürlich einige, bringen diese Menschen Krankheiten mit und müssen wir uns Sorgen um unsere Gesundheit machen? Die Antwort der Wissenschaft gibt's jetzt. Wir wollen aber nicht nur stumpf beantworten, ob die Menschen Krankheiten mitbringen. Wir sehen uns auch an, wie diese Antwort zustande kommt. Denn natürlich ist es erstmal gar nicht so leicht festzustellen, wie der Gesundheitszustand von Menschen ist, die aus so vielen verschiedenen Ländern kommen. Und wir haben hier den Anspruch, wissenschaftlich vorzugehen. Und das bedeutet in unserem Fall, unsere Aussage sollte auf einer gesicherten Datenlage beruhen. Aber wie bekommt man eine gesicherte Datenlage bei einer so großen und heterogenen Gruppe wie den Geflüchteten? Schauen wir uns mal an, wie das bei einer noch viel größeren Gruppe gemacht wird, nämlich der deutschen Allgemeinbevölkerung. Deren Gesundheit wird in Deutschland vom Robert-Koch-Institut beobachtet. Die Schwierigkeit, wenn man über die Gesundheit der Bevölkerung berichtet, ist ja, dass es ganz viele verschiedene Gruppen gibt, die man nicht einfach alle in einen Topf werfen kann. Zum Beispiel Männer und Frauen, Junge und Alte, Menschen vom Land oder aus der Stadt und so weiter. Wenn man die alle über einen Kamm schert, dann hat man am Ende nicht viel von den Daten, weil man zum Beispiel nicht sehen kann, wie sich die Gesundheit zwischen verschiedenen Generationen entwickelt oder ob es regionale Unterschiede gibt. Um die Gruppen alle abzubilden, braucht man sehr viele Daten von sehr vielen verschiedenen Menschen. Jetzt kann man natürlich auch Studien zu einzelnen Gruppen machen und das macht das Robert-Koch-Institut auch, zum Beispiel zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Aber natürlich wäre es viel zu aufwendig, das für jede mögliche Gruppe zu machen. Aber wie bekommt man dann genügend Daten? Das Robert-Koch-Institut hat eine ganz gute Lösung. Es schaut sich Datenberge an, die sowieso schon erhoben werden. Zum Beispiel die Abrechnungsdaten von Versicherungen und andere Registerdaten. So bekommt es genügend differenzierte Daten, die es möglich machen, fundierte wissenschaftliche Aussagen über den Gesundheitszustand der Deutschen zu treffen. Und jetzt kommt der Knackpunkt in Bezug auf Flüchtlinge. Da fehlen solche Daten einfach. Wirklich gesicherte Aussagen lassen sich deshalb über den Gesundheitszustand von Flüchtlingen gar nicht treffen. Und das, obwohl jeder, der als Flüchtling in Deutschland ankommt, einem Gesundheitscheck unterzogen wird. Dass sich aus diesen keine guten Daten ziehen lassen, liegt darin, dass in allen 16 Bundesländern unterschiedliche Checks durchgeführt werden. Natürlich gibt es dadurch aber trotzdem Erfahrungen und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Ganz grundsätzlich beobachtet man schon, dass Geflüchtete auch gefährliche Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose mitbringen. Aber, und hier zeigt sich ein Fallstrick in der Interpretation, dass mehr Krankheiten bei Asylbewerbern gemeldet werden, liegt natürlich auch daran, dass jeder von ihnen untersucht wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Krankheit gefunden wird, ist viel größer. Kleiner Exkurs. Ein ähnliches Problem gibt es beim modernen diagnostischen Verfahren. Wenn die immer genauer werden, werden auch immer mehr Krankheiten entdeckt, die früher unentdeckt geblieben wären. Und das kann dann auf dem Papier so aussehen, als ob diese Krankheiten häufiger vorkämen. Und noch etwas. Auch wenn Geflüchtete häufiger von solchen Krankheiten betroffen sind, gefährden sie damit nach Beobachtung des Robert-Koch-Instituts nicht die deutsche Allgemeinbevölkerung, sondern vor allem die anderen Flüchtlinge. Warum? Weil die Enge großer Flüchtlingseinrichtung die Ausbreitung von Krankheiten begünstigt. Man kennt das ja zum Beispiel auch von Kindergärten. Um die Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, nein, wir müssen uns keine Sorgen um unsere Gesundheit machen, vielmehr müssten wir uns Sorgen um die Gesundheit der Geflüchteten machen. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann schaut mal in die Infobox, da habe ich euch die Debattencheck-Seite von Wissenschaft im Dialog verlinkt und da findet ihr noch sehr viel mehr Wissenswertes. Was denkt ihr? Haben wir beim Thema Gesundheit und Geflüchtete den richtigen Fokus? Oder denken wir vielleicht sogar zu egoistisch, weil wir vor allem zuerst an unseren Schutz denken? Diskutiert das in den Comments, aber bleibt methodisch sauber. Ich bin der Ben, das war der Debattencheck bei So und So gesehen.